Ich habe vor sieben Minuten 6cl Rum getrunken. Peter hat gesagt, in zehn Minuten wirkt das, aber es ist ja noch vier Minuten hin. Das Bellevue vom Kiez, das Panoramadeck von der Reeperbahn, das ist der Balkon. Oh, 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 oh. Wie heißt das jetzt? Die... Bist du drauf? Ich bin drauf, ich bin total drauf. Das ist das Alpenpanorama von Hamburg. Da bin ich gerade drauf. Oh, das ist das Alpenpanorama von Hamburg. Es ist ein Alpenrück. Das ist das Alpenrück. Das ist die Alpenrück. Ach, das war so. Dann wurden wir vom Kiez der Reeperbahn. Der Reeperbuch wird nicht viel. Der Reeper wird aufgenommen und oft zur Reeperbahnhof sein. Der Reeper ist ein Alpenrück. Vielen Dank.